Hallo, ich bin Mr. Arthur und helfe dir auf deiner neuen Farm. So, wir waren jetzt ein halbes Jahrhundert lang nicht hier. Okay, Arthur. Ähm, das wissen wir aber jetzt schon, Herr Arthur. Also er tut ja so, als wenn wir das erste Mal hier sind. Hau ja ab, äh, ist ja unverschämend. So, ich würde... Nooooch. Also das ist ja ein bisschen dämlich gemacht. Ich meine, das haben wir ja schon alles hinter uns. Und jetzt kommt er hier und macht einen auf Klugscheißer. Gut, Weizen. Da hast du Weizen. Äh, sagen wir, er braucht Zeit zum Wachsen und ja. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht, was los ist, warum... ...das Spiel uns nochmal alles beibringen will. Was wir jetzt schon eigentlich gelernt hatten, ist gut. Also, das nervt ein bisschen. Kann man auch nicht wegklicken. Ja. Also, wenn das so die Methode ist, wenn man mal ein paar Tage nicht gespielt hat. Wir haben jetzt irgendwie ein paar Tage nicht gespielt. Und dann kommt man wieder online. Und der will einem alles neu beibringen. Aber alles... Ja, ja, ich raste dich aus. Gleich raste dich aus. Ist ja wohl nicht dem sein Ernst. So, hier ist eine Kiste, liegt einfach auf dem Boden. Äh... Naja, 20. Ist jetzt nicht wirklich viel gewesen. So, wir haben aber eben eine Säge und eine Axt bekommen. Wollen wir mal hier die Sachen wegmachen. Guck mal, kriege ich auch ohne dich hin, Arthur. Was ist das überhaupt für ein Name für eine Vogelscheuche? Ich glaub's wohl. Oh, Level Up. Was haben wir neu bekommen? Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht... Es war so schnell weg. Kuhweide. Wir haben Kühe, 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 Kühe. Die wir nirgendwo hinstellen können. So. Dann haben wir neue Felder. Boah, hoffentlich kriege ich, ähm... Das Bild vom Level Up irgendwie fürs Thumbnail. Denn das ging so scheiße schnell. Das ist ja einfach viel zu schnell gewesen. Oh. Hier das Hühnerfutter einsammeln. Dann direkt mal die Hühner füttern. Kuhwe, kuhwe, kuhwe. Bitte sehr. So. Wir kaufen uns jetzt natürlich Kühe. Kühe. Wie sollte es anders sein? Und dann müssen wir aber auch Kuh, Kühe, Futter herstellen. So. Jetzt haben wir fünf Kühe. Und was ist hier? Molkerei. Ähm... Stellen wir hier hin. Boah, die ist aber groß. Dauert zwei Stunden. Also im nächsten Let's Play haben wir dann auf jeden Fall die Molkerei. Okay. Bohnen dauern natürlich 20 Minuten. Also Kuhfutter wirkt heute auch nichts mehr. Ähm... Okay. Wieso? Welche Stellung? Das... Nee. Ja, das können wir geben. Von mir aus. Das andere geben wir nicht. Wir müssen jetzt erstmal hier selber wieder gucken, dass wir genug... Ach man, Vogelscheuche. Ich will hier nix boosten. Er will auf jeden Fall, dass ich hier booste. Und das ist... Damit bin ich nicht einverstanden. Okay. Den gibt es erst mit Level 7. Also mit dem nächsten Level. Ja. Gibt es hier mehr zu tun? Ach komm, Arthur. Dann boosten wir. Finde ich nicht gut von dir. Haben wir alles schon hinter uns gehabt. Auf einer glücklichen Farm leben glückliche Tü... Türe. Ja, Türen. Äh... Baue eine Futtermühle, damit deine Tiere nie Hunger haben müssen. Sag mal Arthur. Äh... Wenn du ein Level aufsteigst, schaltest du neue Verbesserungen frei. Gerade im... Warten im Laden. Drei neue Felder auf die... Der ist doch... Der Typ ist doch doof, oder? Besucherin. Haben wir auch alles schon. Also der Typ... Äh... Nervt. Den müssten wir irgendwie abschalten können. Boah. Gut. Der Wagen ist unterwegs. Sachblos, mein Lieber. Also ohne dich... Hätte ich das jetzt auch nicht mitbekommen. Guck mal, ich hatte Kuhfutter sogar. Das hätte er mal sagen können. Aber nee. Erzählt uns ja lieber Scheibenkleister. Erzählt uns lieber nur Mist. Oh, guck mal, ein Vögelchen. Vögelchen. Vögelchen flieg. So. Hier vorne stehen ganz schön viele Bäume, bis ich die alle weggemetzelt habe. Ach, gucke mal. Da. Da ist ein Diamant rausgekommen. Warte. Produzieren bis zu fünf Diamanten. Mensch. Und 90 Prozent? Na, das müssen wir doch kaufen. Also wenn wir das nicht kaufen, dann... Weiß ich auch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir haben diese Mine gekauft, die bis zu fünf Diamanten bringt. Da bin ich mal gespannt. Zehn Euro... Die kann man auch noch hochleveln und auch nur mit Geld hochleveln. Also jetzt... Also jetzt reicht es. Also jetzt... Okay. Also, ähm... Wir haben ja jetzt gerade schon mal Geld ausgegeben. Kostet ja eigentlich zehn Euro. Und wir haben das jetzt für einen Euro bekommen. Dann sage ich... Hm, okay. Kann man machen. Muss man nicht machen. Hab das jetzt wirklich nur mal zum Testen gemacht. Aber... Freunde. Aber. Ein Spiel, wo man nur hochleveln kann. Mit echtem Geld. Finde ich schon fragwürdig. Also Level zwei. Ach, du lieber Himmel. Naja. Mal gucken, ob ich das überhaupt weiterspiele. Ich hab jetzt erstmal Geld verschenkt. Deswegen! Teilt dieses Video. Liked dieses Video. Kommentiert dieses Video. Vielleicht kriegen wir diesen einen Euro, den ich investiert habe. Irgendwie wieder mit Werbekosten. Raus. Man weiß es nicht. Ja, ernsthaft. Ihr wisst ja, wie das ist. Geld muss ja auch irgendwie wieder reinkommen. Das sind meistens Sachen, die ich kaufe. Nur... Nur um ihr was zu zeigen. Okay, ich hab ne Axt bekommen. Jibi. Ja, ist gut, Vogelscheuche. Ich lese gar nicht, was der schreibt, weil der Typ erzählt immer dasselbe. Ja, wir können ein paar Werkzeuge gebrauchen. Das ist ja... Öffne die Freundesleiste. Aha. Ist das so wie der Greg bei... Ähm... Heyday? Wow, das ist der Greg in Heyday. Ja, geil. Oh, geil. Geil, 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 geil. Na, der hat ja mal den Job voll gehabt. Ja, ist gut. Jetzt gucken wir mal, wie dem seine Farben denn so aussieht. Was man denn so erreichen kann. Hm, ja, ein Schifffahrter auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr nicey, dicey. Oh. Oh. Hat der gute Mann hier noch gar nicht erweitert. Ist hier ein Update rausgekommen und die Entwickler haben noch gar nicht die Farm vom... Farmi, Willi, äh... Weiter gemacht. Sind die etwa faul? Und gibt es etwa nur ein Pferd? Oh, ich ahne Schlimmes. Ich ahne... Und hier ist auch nicht ausgebaut. Also, ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaube, ich ahne Schlimmes. Naja, wir wollen jetzt mal nicht läster... Ach, hier sind noch ein paar Pferde, okay. Aber sonst... Ja, sehr ernüchternd mit der Blick hier auf die Farm. Naja, wir gehen mal zurück. Dann wollen wir mal gucken, ob ich irgendwie ein Kürzel habe. Vielleicht, dass ihr mich adden könnt, wenn ihr versteht. Höhöhöhö. Ähm... Nö. Gibt's nicht. Ihr dürft mich nicht adden. Seid ihr selber schuld. Anmelden mit Facebook. Mache ich noch. Farmname ändern. Kamikaze-Ente ist am Start. Vielleicht könnt ihr mich auch so finden. Farmname Kamikaze-Ente. Erweiterte Einstellungen brauchen wir nicht. Gut. Brot einsammeln noch. Ich weiß jetzt nicht, was die gute Frau hier will. Drei davon geben wir ihr. Was wollen die? Ein Brot. Geben wir auch noch. Brot für die Welt. Und dann war es das schon für heute. Nächstes Mal haben wir dann eine Maschine mehr. Ähm... Erste Mal Kuhfutter können wir dann machen. Und ja. Ach so, wir können eben noch mal ein bisschen Platz machen. Ich würde sagen, hier vorne will ich erstmal ein bisschen Platz machen. Okay. Es gibt Sägegeräusche bei der Axt. Ja. Wer kennt es nicht? Der mit der Axt axt. Äh... Und hier dasselbe Geräusch bei der Säge. Ja, hier wurde also nicht an Sounds gespart. Hier wurde das volle Können, das volle Potenzial dieses Spiels wurde ausgeschöpft. Und Ente, hör auf, das Spiel schlecht zu machen. Du willst es doch in Zukunft let's playen. Okay, okay. Ich sag ja nichts mehr. So. Wir sehen uns dann wieder bei einer lustigen Folge Village and Farm. Ciao, ciao.